Guten Tag und willkommen zur 17 Uhr Folge von Clash of Clans von MrMobaFanboy. Ich bin hier wieder am Start, der Fred. Und ja, bevor wir jetzt mal anfangen, noch eine kurze Sache. Ich habe mir jetzt mal einige Kommentare noch durchgelesen zu den Crystal... Was war das? Crystal 1 Gameplay-Videos, glaube ich. Ja, ich muss natürlich sagen, danke schön für alle Tipps, die ihr mir da gebt. Aber allerdings, ja, muss ich zugeben, manchmal fühlt man sich doch so leicht wie so ein Bundestrainer, kann man sagen. So ein bisschen fühle ich mich manchmal wie Jogi Löw. Sagen wir mal, Jogi Löw stellt seine Mannschaft auf und dann gibt es so in Deutschland, sagen wir mal, noch 80 Millionen weitere Bundestrainer, die ja dann doch alles besser wissen anscheinend. Trotzdem, danke schön für alle Tipps. Allerdings muss ich auch dazu sagen, da kommen die Leute an und sagen, Hey, guck doch mal bei Don John, der hat das mit Ballons und Lakaien gemacht. Ja, Leute, ich habe aber leider meine, meine Ballons und Lakaien sind aber leider so low, dass ich das nicht machen kann. Dazu kommt noch, dass er wahrscheinlich auch schon, wahrscheinlich ein Jahr oder anderthalb Jahre eher angefangen hat zu spielen. Das heißt, ja, da sieht das wahrscheinlich schon anders aus. Wenn er jetzt versucht, auf Meister zu gehen, dann sehen seine Truppen wahrscheinlich schon etwas anders aus. Also nichts gegen ihn jetzt, persönlich natürlich. Nur halt für alle Leute, die dann sagen, oder nach irgendein anderer YouTuber oder so, ich würde die Taktik gerne machen. Ich bin auch dankbar für die Tipps natürlich. Kann die nur nicht machen, weil ich ja die Truppen nicht habe dafür. So. Und andererseits könnte ich mir jetzt auch für 100 Millionen Euro so eine Juwelen kaufen und mal eben schnell alles upgraden. Aber das will ich ja auch nicht machen. Ich will jetzt, ich will eigentlich das ursprüngliche Spielprinzip eigentlich nur ungern verändern. Also ich habe mir diese 10 Euro iTunes-Karte, die ich ja immer noch nicht habe. Warum auch immer, aber okay. So. Ja, dann, ähm, auf jeden Fall, ich werde die Lakaien und die, 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 ähm, Ballons auf jeden Fall upgraden, Leute. Ich werde eure Tipps berücksichtigen, wirklich. Nur, jetzt geht das leider nicht. Und ich habe ja eine Taktik, die auch funktioniert. Nur das Problem ist, ich kann die Taktik nicht machen, wenn ich meine Zauberfluchtwaffe wirklich nicht pushen kann. Und natürlich meine Helden nicht pushen kann. Das heißt also, ich brauche 30 Juwelen. Push, push, push. So. Das sind die drei Sachen, die ich pushen müsste. Dann würde ich es schaffen. Und dann schön zwei Heilzauber, ein Wutzauber, riesen, arschvoll, riesen hinterher. Dann noch ein paar, äh, Bogenschützen und, äh, Barbaren hinterhergeschoben. Und zack, dann läuft es doch. Dann kriege ich es auch hin. Es dauert ein bisschen länger. Ja, allerdings, ja, ohne Juwelen ist das jetzt gerade nicht so einfach. Okay. Das war so der kleine, äh, Prolog am Anfang. Und jetzt wollen wir, ähm, sofort reingehen in die Besuchsfolgen. Und ich habe ja mal gefragt, warum spielt ihr Clash of Clans? Ach, ich bin schon so aufgeregt. Das war eine richtig coole heute, eine richtig besondere Besuchsfolge. Und ja, wir fangen mal an. Ich habe mir da auch ein paar coole Leute rausgesucht. Ähm, der erste ist der Johann. Er hat gesagt, mein Cousin hat mir das Spiel auf seinem iPad gezeigt. Und das fand ich gleich interessant. Dann habe ich mal bei Clash of Clans bei YouTube eingeben. Habe mir dazu ein paar Videos angeschaut. Dann habe ich es runtergeladen. Ich spiele Clash of Clans. Oh, Alter. Mein Hals. Ich spiele Clash of Clans, weil mir der Clan, in dem ich bin, Spaß macht. Und ich möchte gerne irgendwann eine Max-Out-Base haben. Und meine Freunde spielen das auch. Und das macht natürlich mehr Spaß als alleine. Na gut, deswegen würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal seine Base an. Er ist im Clan. Moment, jetzt muss ich mal hier scrollen. Der Clan heißt Alpha München. Okay, das ist der auf jeden Fall schon mal. Und er heißt... Ähm... Johann. Johann FCB. Na gut. Ein Bayern-Fan. Aber, oh. Das soll uns ja jetzt egal sein. Wir wollen ja hier niemanden verurteilen. Ich habe gestern mal ein paar Witze gemacht über unseren Schalke-Fan im Clan. Aber das war natürlich auch nur Spaß, ne? Wir wollen natürlich keinen verurteilen wegen seiner Fußball, äh... Wegen seines Fußball-Glaubens, um mich das mal zu sagen. Und natürlich noch eine Sache auch noch als Nachtrag für die ganzen Kommentare. Ihr müsst natürlich auch immer mal bedenken, es ist nur ein Spiel, ne? Also, Matthias hatte die Challenge. Er sollte in den Kristall kommen. Er hat es erst gar nicht versucht. Und das ist ja jetzt für mich auch überhaupt keine Challenge. Ich könnte natürlich jetzt auch noch einen Monat warten. Ich könnte jetzt warten, bis meine Barbaren noch auf 6 sind. Bis meine Bogenschützen noch auf 6 sind. Bis meine Ballons höher sind. Bis meine Lakaien höher sind. Aber das will ich ja nicht. Ich will das... Es soll ja auch anspruchsvoll sein. Ich will jetzt nicht einfach so da durchrushen. Es soll ja auch mit ein bisschen Anspruch verbunden sein. Und es ist natürlich auch nur ein Spiel, ne? Es ist ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Und sich dann auch nicht aufregt. Es ist nur ein Spiel. Wenn ich jetzt, äh... Meisterliga nicht schaffen sollte, dann schaffe ich es halt nicht. Es ist wirklich... Davon geht die Welt ja auch nicht unter. Solange ich den Spielspaß nicht verliere an so einem Spiel, sind wir auch alle zufrieden. So. Alpha München, Johann FTB. Muss ich sagen, eine sehr schöne Base auf jeden Fall. Sehe ich schon sofort. In der Mitte natürlich dunkle Elixierlager. Was er da schützen will. 20.000 hat er drin. Auch eine interessante Kombination. Aber die schützen natürlich schon ganz gut was weg hier. Bogentürme stehen hier verteilt. Ja, auch noch eine. Ja, Rathaus natürlich wird hergeschenkt. Aber das ist ja auch okay so. Ja, die Base ist doch eigentlich schon fast maxed out bis auf die Teslas. Die sind noch... Die werden jetzt gerade auf 5 hoch gemacht. Puh, muss ich sagen. Ja, schöne Base auf jeden Fall. Muss ich sagen. Die ist wirklich... Er sagt, er wird irgendwann eine maxed out Base haben. Da ist er ja eigentlich zumindest schon mal bei Rathaus 8. Da ist er schon mal kurz davor. Und den Barbaren könnt ihr auch schon auf Level 7. Also... Ja, Respekt. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Base, die du hier hast. Und ja. So. Nehmen wir mal weiter. Wo war es denn? Wo war es denn? Ich hatte auf jeden Fall noch ein paar Leute gesehen. Aber 81 Antwort auf meinen Kommentar. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, Simon hatte mir auch mal nochmal geschrieben. Aber tut mir leid. Ich habe dich ja letztes Mal schon gesucht. Ich habe dich nicht gefunden. So. Forever Gaming HD hat geschrieben. Ich... Ich bin der Clash of Gens, weil es viel Spaß macht. Und es ein Zeitvertreib ist, wenn ich in der Schule nichts zu tun habe. Ja. Ich liebe solche Spiele, wo ich eine eigene Stadt, Schrägstrich Base bauen kann. Deswegen spiele ich auch Boom Beach. Ja, wunderbar. Das ist natürlich mal ein geiler Grund. Wenn man in der Schule nichts zu tun hat. Dann kann man da... Kann man da auch mal... Kann man da auch mal was machen. Okay. Roma heißt dann Clan. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das... Ob da noch... Dahinter ist noch was geschrieben. Oh, scheiße. Dahinter ist noch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob das noch dazu gehört. Ähm, werden wir dann sehen. Warte mal. Roma, Roma, Roma. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob der Clan so... Warte mal. Wie heißt der denn? Ich kopiere mir den mal eben. Nein, finde ich nicht. Scheiße. Tut mir leid, lieber Garagenzocker. Ähm, finde ich jetzt leider nicht. Hä? Fuck. Na gut. Ich habe auch noch einen, den ich eben noch besuchen will. Ich spiele Garagenzocker Clans, weil ich gerne mit... Weil ich gerne im Team spiele und mit der... Und mit der Möglichkeit zu helfen. Warte mal. Und mit der Möglichkeit Leuten zu helfen, weil ich einfach nicht mehr aufhören kann. Ja. Das ist nämlich der... Gaming Sphinx. Ähm, gucken wir mal, wie der Clan heißt. Koloss... Waffle. Der hat mir nämlich gestern ein paar coole Tipps gegeben. Wer ist der denn? Janik. Ein paar coole Tipps gegeben. Auf jeden Fall, ähm... Wie ich es denn schaffen kann. Auch mit Drachen vielleicht. Und ein paar Lakaien hinterher. Ja, auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Ähm... Sehr, sehr geile Base. Muss ich sagen. Level 8. Maxed out. Auf jeden Fall. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Barbarenkönig auf Maximum. Also er könnte jetzt wirklich, wirklich schon mal sein... Seinen Rathaus mal upgraden. Auf jeden Fall. Moment, ein Schluck Kaffee. Hm? Ja, sieht auch echt schon... Muss ich sagen. Sieht schon ganz gut aus. Sieht schon ganz gut aus. In der Mitte natürlich hier Clanburg und Barbarenkönig. Dunkle Alexi auch geschützt. Luftabwehr relativ zentral. Aber er hatte hier auch noch Platz, um noch diese mobilen... Ich sag mal mobilen Luftabwehr noch da hinzubauen. Dann hier außen. Ja, das ist mal eine neue Taktik eigentlich. Nicht außen die Magier-Türme hinzubauen. Ich bin mal gespannt, Janik. Wie das dann läuft. Ja. Werden wir dann mal sehen. Ob das dann funktioniert. Ob das den Verteidigungen standhält. So, deswegen. Was haben wir noch? Kanonen. Ja, die Base ist halt wirklich drauf ausgelegt, die Fläche möglichst zu vergrößern. Also relativ viel Fläche zu erzeugen, damit hier in der Mitte das möglichst geschützt ist. Ja, würde mich auf jeden Fall wirklich mal interessieren, wie weit das dann... Ja, inwieweit das dem Verteidigung wirklich mal standhält in der Praxis. Kannst ja mal schreiben. Okay, der Nächste. Ich spiele TOT, weil mich das Spielprinzip sehr anspricht und mich der Ehrgeiz gepackt hat, mindestens Rathaus 9 auszumexen. Ich finde das Spiel einfach geil. Gut. Klan. Der Klan ist geil. Der Klan heißt... Der Klan heißt Kuh-Schubs-Klan. Kuh-Schubs-Klan. Also nicht so wechselt mit dem Kuh. Kuh... Oh, Alter, das sind viele. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gelb-Schwarzes Wappen, circa 14.000 Pokale. Gelb-Schwarz, das wird es doch wohl so sein. Und er heißt Stöpsel-TV. Die Rindviecher ziehen in den Krieg. Macht die Bomben scharf, wetzt die Messer und ladet die Kanonen oder ladet die Pistolen. Na, genau. Stöpsel-TV, Level 54, okay. Stöpsel-TV. Stöpsel-TV. Okay, Level 7 Rathaus in der Mitte geschützt hier durch die Klanburg. Allerdings jetzt gerade nix drin. Das haben wir ja noch. Lager für dunkles Level 1. Hier außen hat er den Barbarenkönig, das ist noch okay. Ja, die Base ist zumindest symmetrisch. Geht eigentlich geschützt, geschützt. Ist schon okay. Ist relativ mittig hier natürlich, die beiden Goldlager, die er schützen will. Elixier scheint jetzt auch nicht so wichtig zu sein. Finde ich aber auch bei Rathaus 7 noch nicht so wichtig. Er baut gerade noch eine Mine aus auf 11. Oh, hat er schon hier auf 11. Das ist schon mal gut. Also, vor allem in diesem Stadium finde ich das wirklich schon mal gut, wenn man dann die Minen relativ hoch hat. Ansonsten, was kann ich noch sagen zu deiner Base? Ja, die Bogentürme sind außen platziert. Das ist schon mal ganz gut. Den machst du ja gerade auch noch hoch auf Level 8. Und schön hier. Ja, vielleicht ein bisschen weit außen, aber allerdings hast du ja hier noch was, was das ein bisschen abdeckt. 1, 2, 3. Deckt auch so weit alles ab. Finde ich ganz okay. Ich finde jetzt eigentlich so nichts, was ich da aussetzen würde an deiner Base. Mauern kannst du natürlich noch hoch machen, ist klar. Hast ja auch schon ein Mauerstück, hast ja schon auf Level 7. Die anderen müsstest du jetzt erstmal auf Level 6 machen und dann auf Level 7. Und dann sollte das ja eigentlich auch laufen. Okay. Ich will jetzt hier nicht ganz so viel Zeit verbringen damit. So, hier haben wir noch einen. Ich spiele Clash of Glance, weil ich auf Spiele stehe, die auf mehr Spieler setzen. Ich liebe es, Dinge zu planen und etwas dauerhaft zu bauen. Ja, das ist doch mal ein schöner Grund, warum man das spielt. Oh, Moment, ich muss mal eben meinen Fibor, dem muss ich mal eben ein paar Bögen geben. Ich habe keine, wenn meine Fabrik verbessert wird. Ah, okay, bitte. So. Oh, der scheint sogar ein bisschen höher zu sein, den wir uns jetzt angucken. Also der gerade, der auf Multiplayer setzt und liebt etwas zu bauen. Clan, Blue Math. Okay, Blue Math. Was ist das denn? Blaues Wappen. Kann eigentlich nur der hier sein. Name, der Feind. Hoffentlich finden wir ihn. Einer der spendenaktivsten deutschen Clans. Und YouTube, Blue Math, COC. Okay, muss ich mir vielleicht mal später mal angucken. Ähm, 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 der Feind. Level 104. Schon etwas. Schon etwas. Oh, ist schon etwas weiter als ich. Ein Rat aus Level 9 Base. Ja, wunderbar. Ah, X-Bögen auf 3. Die sehen natürlich schon echt tutti aus. Muss man mal so sorgen. Ansonsten Luftabwehr relativ zentral. Ist aber auch okay. Deckt soweit ja alles ab, was so geschützt werden muss. Ja, auch die Taktik, wie ich das eben schon ein bisschen hatte, dass die Türme etwas weiter außen sind, auch, ähm, relativ dazu dienen, die Fläche generell etwas größer zu halten bei der Base. Das sieht man hier natürlich auch. Die Bauhütten nur. Fünf Bauhütten und alle am Schlafen. Mann, Mann, Mann. Der Feind. Muss man aber was bauen. Oder hast du kein Guld? Ja, ein bisschen. Es fehlt eher am Elixier. Ich gehe aber stark davon aus, du hast für deine Base schon die ganzen Elixiersachen weg. Das ist natürlich dann etwas scheiße. Das hatte ich bei Rathaus 8 auch mal zwischendurch, dass ich echt zwischendurch überhaupt nicht mehr wusste, wo ich bin mit dem ganzen Elixier. Ach so. Barbankönig auf 10, Bogenschützenkönigin auf 7. Ist natürlich immer geil, wenn das alles so direkt nebeneinander ist, weil das dann wirklich, du kriegst es erstens, du kriegst es sehr schwer rausgelockt bei diesem Base-Design. Und zweitens decken natürlich alle drei Sachen die ganze Base ab, fast. Also besonders natürlich die Clanburg, die ich natürlich auch, ah, meine ist auch bald fertig, dann ist es endlich auf 5. Juhu, dann habe ich endlich 30 Platz da drin. Das ist natürlich super. Ja, auf jeden Fall, ich wüsste jetzt wirklich nichts, was ich hier dran aussetzen würde. Eine wirklich sehr, sehr schöne Base. Die Mauern machen natürlich auch schon richtig was her auf Level 8. Vor allem hat er auch schon angefangen, die auf Level 9 hier hochzuziehen. Also wirklich, respekt der Feind, eine wirklich sehr schöne Base. Und wir gucken mal weiter. Ähm, ah, hier ist noch was cooles. Ähm, ah, das sind sogar zwei Kommentare. Ich spiele Clash of Clans so gerne, weil es ein Spiel ist, was einen lange beschäftigt. Die ganzen Verteidigungen und die Upgrades dazu einfach klasse. Dazu kommt, dass ich Strategiespiele gut finde und das hier spannend mit eingebunden ist. Wie setze ich meine Truppen, wie viele setze ich und so weiter. Und natürlich auch in der eigenen Base mit im Großen und Ganzen einfach ein actionreiches Spiel, wo man auch mal überlegen muss. So, und dann geht es noch weiter. Ja, außerdem finde ich bei CoC gut, dass man einen eigenen Account hat, wo man sich mit anderen Geräten einloggen kann und darf weiterspielen. Wenn zum Beispiel das Handy kaputt gegangen ist, kann man einfach seinen Spielstand laden. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man da immer wieder seinen Spielstand laden kann, wenn man es halt mit Google Plus oder mit dem Game Center verbindet. Und ja, wir gucken einfach mal, wie heißt der Clan denn jetzt? Der Clan heißt Sonnenyang. Okay, gibt es nur einen, das ist schon mal gut. Und der Name ist One Million. Bitte sei hier drin. Ah gut, ich habe gerade so viel vorgelesen hier. Ich schreibe eben zurück. Sieh, alles senkrecht. So, Rat noch Level 7. Level 47 sieht doch schon mal echt ganz gut aus eigentlich. Dafür, dass du Level 47 bist, sieht das doch echt schon mal ganz, du bist echt schon weit. Truppen sind alle soweit auf, müssten auf vier sein, soweit ich das mal sehe. Er baut gerade den Magierturm aus. Finde ich auch ganz gut platziert eigentlich. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass die Clanburg mittig ist und hier auch deine Lager noch mittig sind, das ist auch gut. Luftabwehr kann es nochmal auch so stehen lassen. Heute habe ich echt wenig auszusetzen, muss ich sagen. Die Türme sind auch gut platziert. Hier der eine guckt sogar noch hier über das Rathaus hinweg, falls da jemand das Rathaus angreifen will. Aber ich denke mal, Pokale sind hier auch nicht so wichtig. Was hat er jetzt hier noch? Da kannst du ja mal wieder unsere Dörfer bewerten. Okay, ja, wie gesagt, kommt auch nochmal wieder dran, die meinen Clan-Serie. Das mache ich vielleicht morgen mal. Ich habe ja jetzt eh nichts zu tun. Ich kann ja eh nichts. Ich kann ja während dieser scheiß Fabrik da, wenn die Zauber da upgraden, kann ich ja eh nichts machen während der Meisterjagd. Da muss ich mal gucken. Okay, da würde ich sagen, schöne Base. Ach, auch schon angefangen hier mit den Mauern auf Level 7. Das sieht doch schon echt tutti aus. Ja, Luftabwehr, weiß ich nicht. Könntest du natürlich, glaube ich, glaube doch auf Level 4, könntest du dich normalerweise noch machen, oder? Mit Rathaus 7, weiß ich nicht genau. Ja gut, Kanonen, weiß ich nicht, ob du die auch noch hochmachen kannst. Ich weiß, ich habe jetzt diese Schritte nicht so genau im Kopf. Wie weit das geht? Na hier natürlich. Würde ich dir raten, diese Mauerstücke hier noch zu platzieren, hier vor dem Rathaus vielleicht, um die Fläche noch ein bisschen zu vergrößern. Ansonsten finde ich die Base schon ganz gelungen. Hier haben wir noch einen. Ich suchte Clash of Clans, weil ich in einem sehr aktiven Clan bin. In dem Mr. Mobile Fanboy Clan, okay. Wo eine sehr gute Stimmung ist und ich liebe Aufbauspiele und Online-Spiele und es macht Spaß mit dem Clan in Clan-Kriegen anzugreifen, weil man dort oft miteinander sprechen kann und zusammen taktisch überlegen kann. Ja, das ist nochmal eine neue Facette. Glaubst du schaffst Meister K.A. eher schwer ohne Gems für Boost? Ja, wie gesagt, ohne Juwelen finde ich das ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen schwer. Finde ich etwas schwer. Ja, er macht es mit Bogeys, hat er gar nicht schien, ich weiß, aber es ist so schwer, es ist so schwer. Okay, Mr. Mobile Fanboy heißt der Clan und wir suchen jetzt mal weiter. Wie heißt er denn, wie heißt er denn, Skater 23.01? Skater 29.01 heißt er. Weiter, 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 okay. Skater 23.01. Okay. Vielleicht etwas zu früh hochgegangen, mein lieber Freund, das weißt du selber. Weil du ja mit 1183, naja, das ist halt das Problem, ne. Weil der ist noch nicht hoch, der ist noch nicht hoch, der ist noch nicht hoch, der ist noch nicht hoch. Auf 8, auf 8, auf, äh, auf 8, auf 8, nochmal auch noch auf 6. Ja, du bist echt zu früh hochgegangen, wobei ich natürlich sagen muss, dein Base-Design gefällt mir echt gut. Aber allerdings, ja, gut, ist es, jetzt ist es ja eh passiert, von daher ist es jetzt auch sowieso egal. Ah, da hinten hat er noch sein, äh, dein Jaboa. Und hier natürlich das Radhaus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wählt sich deine Base da oben. Ähm, Prop ist, dass ich... das... Ach, dass sich die Leute immer... ...rächeln. Das ist das Problem. Und dann mit 1-2 Sternen schon... Äh, fuck, fuck, Tastatur. 20-30 Pokale Minus. Ja, das war dazu und wir suchen jetzt mal weiter hier. Wobei ich sagen muss, ich hab das auch noch nicht oft gesehen, dass die Bogentürme hier mittig stehen, also weiß ich nicht. Da würde ich mir vielleicht mal, würde ich vielleicht umstellen. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, also, die Bogentürme so mittig habe ich noch, das, das, diese Designvariante habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, die werden außen besser platziert. Die Luftabwehr ist ganz gut, allerdings muss ich sagen, diese Bogentürme in der Mitte, das weiß ich nicht, ob das so, äh, jetzt so den Sinn macht. Das müsste mal die Community entscheiden, ob das wirklich so ist, ob das wirklich Sinn macht. Was hat er jetzt noch? Ja, das wird schwer dann, ja, das stimmt schon. Das ist halt immer das Problem, nachts werde ich ihm angegriffen. Aber okay, ich will jetzt auch gar nicht weiter darüber reden. Wir sind ja jetzt hier noch bei Skater 2301. Ja, das ist ja wirklich die Frage. Ansonsten, ja, das Base Design finde ich eigentlich ganz okay, muss ich schon sagen. Die sind auch okay, ja, die X-Bögen natürlich decken auch ganz gut was ab. Ansonsten, er deckt Lager ab, er, 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 das ist schon okay, er deckt auch noch das mit ab. Ja, die sind halt noch zu low, ne, auf Level 5 sind die Magiertürme noch ein bisschen low. Das musst du dir dann schon überlegen, dass die da ein bisschen low sind auf Level, äh, 5, so. Ja, Luftabwehr ist okay, ja. Ja, ich muss mal überlegen, ob du die Türme vielleicht noch verrückst, ähm, die Bogentürme, das weiß ich nicht genau, ob das dann Sinn macht. So, jetzt muss ich mal eben überlegen, ob hier noch irgendwer was Cooles hatte. Ähm, babababababam, bababababam, babababam, babababam, ich google. Ah, hier hat noch was Cooles. Die erste Sekunde in Clash of Clans habe ich mir gedacht, bald werde ich auch so eine tolle Base wie du haben. Der Grabstein, der so oft nur vom Minenwerfer kam, die Freude, die einen überkommt, die, die ein rüberkommt, hat man einen Magierturm bekommen oder ein Rathaus Upgrade oder eine neue Truppe. Okay. Wenn man daran denkt, früher als die Bogenschützentürme und Kanonen nach 19, noch 19 Schaden gemacht haben und jetzt 48. Das Nutzen von Barbaren, Bogenschützen und Riesen und jetzt Pekka, Magier und Drache. Das Zusammenbauen eines Dorfes oder einer Kampfstrategie. Dem so knappen Clan-Krieg zuschauen, wie er 51-50 wird. Als ich angefangen habe, deine Videos von Clash of Friends zu schauen, dachte ich, dass es so ein Krüppelspiel ist. Aber jetzt finde ich es fantastisch. Okay, jetzt muss ich nur noch wissen, wie du heißt. Jetzt hast du das so schön geschrieben. Warte mal. Scheiße, jetzt weiß ich... Er hat gar nicht seinen Namen dabei geschrieben. Nein, das ist natürlich jetzt nicht gut. Jetzt wollte ich dich besuchen und jetzt ist dein Name nicht hier. Scheiße. Du hast jetzt nur geschrieben, warum du das Spiel gut findest, allerdings nicht... Scheiße. Jetzt hat er seinen Namen gar nicht dabei geschrieben. Und sein Clan, das ist natürlich ein bisschen blöd. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Kriegen ja auf jeden Fall noch ein, zwei Leute kriegen wir auf jeden Fall ja noch durch. Ich spiele COT, weil es immer wieder etwas Neues zum Upgraden gibt und immer weiter tolle Updates sind. Und wenn... Boah, mein Halt, ey. Wenn es mal langweilig wird, dann hat man immer noch den Clan-Chat und es bereitet mir Freude, alle anderen Spieler zu zerstören. Ich hoffe, du besuchst mich. Ja, das können wir jetzt auch hier mal machen. Äh... 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 Doch, der Clan heißt Adel. Äh... Äh... Adel... Eieiei... Hat... Der Clan hat etwa 18.500... Warte mal, hat er noch was mit der Flagge geschrieben? Schwarz-Weiße Flagge. Äh... 18.000? Es könnte etwas schwieriger werden. Ach, scheiße, es sind einfach zu viele Clan, tut mir leid, ich kann dich nicht finden. Es sind einfach zu viele. Dann muss ich das mal eben überlegen. Ich kam durch einen Freund auf das Spiel und zocke es eine kurze Zeit, doch ich fand es am Anfang relativ langweilig, schlechte Truppen und so weiter, doch dann kam ich durch Zufall auf dich und schaute mir Folge 1 an und merkte, dass es ja doch relativ viel Spaß macht. Und man beim Clan-Boar... Und beim Clan-Boar muss man ein Team-Play zeigen. Ja, das sieht nämlich so aus. So sieht es nämlich aus. So, Clan Eye of Osiris, heißt der Clorn und Name... Name, 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 Name ist Dirk973, so. Au, ein etwas älteres Semester hier unter uns, aber das ist natürlich nicht schlecht. So. Jetzt haben wir denn hier, Rathaus Level 8. In der Mitte die Clan-Burg, ich finde die Base generell schon mal ganz gut. Vom ersten Eindruck, ja, denn Clan-Burg in der Mitte ist natürlich nie verkehrt. Einfach aus dem Grund, weil sie da natürlich auch alles abdecken. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, also. Minenwerfer im Dreieck, super, ist okay. Deckt die Lager ganz gut ab, muss man auch sagen, ist auch gut. Allerdings, mein Freund, lieber Dirk, bevor du jetzt dein Rathaus upgradest, hättest du noch die Mauern ein bisschen hoch machen müssen eigentlich. Und vor allem noch deine Bogentürme, ne? Ich weiß nicht, wenn man das abbricht, kriegt man dann nur 50% wieder, ne? Das ist die Scheiße, oder? Ich hab noch kein Gebäude bisher abgebrochen, deswegen, das kann ich nicht sagen. Bogentürme auf 8, das ist natürlich, hättest du noch höher machen müssen. Und die Magiertürme eigentlich auch noch, also du gehst, meiner Meinung nach, gehst du zu früh hoch. Aber okay. Es geht jetzt erstmal nur um die Base und die finde ich okay, finde ich sogar gut. Weil eigentlich soweit alles ganz gut platziert ist. Außer vielleicht noch hier, das würde ich vielleicht noch tauschen. Weil du ja in deinem Elixierlage, in deinem Dunkeln eh nichts drin hast, im Grunde. Und von daher, ja, müsste man mal überlegen, ob das Sinn macht, das dann dahin zu stellen. Aber das ist ja auch, da bist du ja auch flexibel, die Luftabwehr auch schön angeordnet. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich wenig zu meckern hier bei Saber, das muss ich sagen. Er greift mit Riesen an, mit einem Heule und mit Bogenschützen und mit Mauerbrechern, ja. Damit greife ich auch öfters mal an. Und soviel also zu Dirk, 1973 Space. Sind wir auch schon am Ende angekommen dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Boah, ich werde immer heiser. Ich werde immer heiserer beim Sprechen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Es werden die nächsten Tage noch viel mehr Besuche kommen. Und ihr könnt immer noch weiterschreiben, warum spielt ihr Clash of Clans, was fasziniert euch an dem Spiel. Oder spielt ihr vielleicht auch andere Spiele von Supercell, spielt ihr andere Spiele. Und wenn ihr besucht werden wollt, schreibt es einfach unter dieses Video und unter die anderen Clash of Clans Videos. Bitte nicht unter Boom Beach oder so. Das ist, ja, weiß ich nicht, ich kann da nicht, ich kann nicht unter alle Videos drunter gucken. Wenn ihr bei Boom Beach besucht werden wollt, dann schreibt es bei Boom Beach drunter. Wenn ihr bei Clash of Clans besucht werden wollt, schreibt es einfach bei Clash of Clans drunter. Das ist dann viel einfacher. Okay, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniere nicht vergessen. Macht es gut, Leute. Tschüssi.